So, willkommen zurück bei Let's Play Transformers Rise of the Dark Spark. So, wir sind hier wieder mit Optimus Prime. Haben es nicht auf die Reihe bekommen, weil es halt irgendwie schon ein bisschen krank ist. Teilweise. Autobots? Oder ne Autobot? Weil Merza wäre ein bisschen gestört, das bin ja nur ich. Kleine Information. Bist jetzt mal tot. Da kann aber einer gut fliegen. So. Auf geht's, mal ein bisschen in die Luft sprengen. So. Kabumm. Und weiter geht's. Yo. Wahrscheinlich, oder? So, was ist... Also, mein Unterscheid. Was ist dein Problem? Scheiße, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Optimus, du Schmast. Bring dich doch in Sicherheit. Alter. Elmercon! Jawohl. Was für ein Segen. Jetzt schnell, 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 schnell. Bevor wir uns noch kalt machen. Ach gut, da ist auch noch ein Energon-Würfel. Gut zu wissen. Da ist doch nur ein Autobot und das ist Optimus Prime, der Anführer. Der Schlimmste. Nur einer. Ach du Scheiße. Der Typ hält so viel aus. Von den letzten Parts. Komm mal her, Spasti. What? So. Dankeschön. Okay. So. Kommen wir uns hier um. Das wird irgendwie nichts. So, der nimmt jetzt nicht den Energon-Würfel. Den brauchen wir ja nicht. Wir haben voll Gesundheit. Und falls ich mal am Arsch beschädigt, denn wir würde, kann ich ja eventuell dorthin gehen. Komm, mach's am Arsch. Okay. So. Und wo kommt ihr denn? Ähm. Weil wir kommen anscheinend gar nicht. Wer ist das? Ach so, das ist einfach nur so ein Scheißgeschütz. Wehe, du lauerst. Du kommst jetzt irgendwie so her, du Spass. Die Ungeist mich. Wow. The fuck? Nein, Scheiß mach ich. One on one ist ein bisschen, äh, ungerecht von den Zahlen her, findest du nicht? Du bist auch weg. Oh. Hängst jetzt aber den ganz großen Gangster raus, he? Gut, er ist auch weg. Und was machen wir jetzt? Bleiben sie da noch. Ja, da sind noch mehr. Ja, ich würde halt gern wissen, von wo er jetzt kommt. Ähm. Ach so. Komm ja, du Spass, die. Aha. Erzähl mir mehr. So, ihr Lappen. Where are you, Megatron? There. Optimus, that console could also enable you to lock down the doors behind you, thereby barring a Decepticon counteroffensive on your position. Excellent. Then I can deal with Megatron without interruption. Precisely. Good luck, Optimus. Thank you, Cceptor. Till all are one. Till all are one. Gut. Auf geht's, Megatron. Kannst was erleben, keiner hat Spaß. Freikling. Das ist Megatron. Nicht mehr und nicht weniger. Verpiss dich, Alter. Was ist dein Problem? Nummer eins. Nummer zwei. Süß. Als ob ich ihn nicht sehen würde. Perfekter Headshot. Und der ist am Arsch. Wie wirkt denn Dark Spark? Nicht Dunkel Spark. Alles eindeutsch müssen sie da. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist doch gestört. Oh Gott. Jo. Wahrscheinlich schon, oder? Alter, was das für ein Viecher. Die Drohnen sind auch überall wieder da. Lutsch, mein Schwanz. Die Missgeburt. Ist ja... Ist nicht am Arsch, oder was? Ja, ich glaub's auch. Scheiße. So, jetzt könnte ich ein Problem haben. Der Typ scheint irgendwie... sehr viel auszuhalten. Und ich muss erstmal diese Viecher kaputt machen. Und die... machen nämlich sein Schutzschild. Wo, das Ding ist weg? Oh. Okay. Oh. Ich bin doch dumm. Ich hätte einfach mein Schild benutzen können. Oh. Behin die, Alter. Behin die, das bist du. So, auf geht's. Ne Runde fliegen. Alter, Mann. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Okay. Jetzt kann ich ihn sowieso nicht mehr angreifen. Jetzt geht er in... Macho-Modus. Joa. Läuft. Ohne ihn zu berühren. Geht er kaputt. Hab kein Problem damit. Aber ich mach meine eigenen... Äh... Schützungen. Äh... Kaputt. Schützungen, Alter. Was für ein minderwertiges Wort. Was zum minderwertigen Megatron. Aber der Typ kriegt schon mal einiges ab. Das ist schon mal gut. Und er ist auch pretty pissed on, der Typ. Aber ich muss einfach mal auf ihn... ... mit diesem... ... Strahl von dem Schild. Oh, er ist gut. Äh, nicht er ist gut. Er ist gut. Nicht gut, er ist tot. Wow. Läuft bei ihm. Läuft richtig bei ihm. Vielleicht krieg ich jetzt neue Munition, wenn ich einfach mal dorthin geh. Und dann wieder verlasse. Das wär nicht schlecht. Aber da wir auf Megatron treffen... Oh. Egal. Da wir auf Megatron treffen, guck ich mal vielleicht... Genau. Perfekt. Eine Kampfdrohne. Die könnte ich gebrauchen. So. Aber ich geh jetzt erstmal nochmal die Ausrüstungskisten öffnen. Vielleicht gibt's ja irgendeine... ... Scheiße, die uns nützlich sein könnte. Nein. Tarnung. Haben wir auch schon. Okay. Ähm... Brawl. Ein neuer Charakter, immerhin. So. Könnte ich dich jetzt mal bewegen. Upgrade für den Streuerblasch. So, dann tun wir die Upgrades gleich mal machen. Was ist da neu? Ah, Verbesserungen. Jawohl. Ähm... 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 Gut, die Waffe ist auf Maximum aufgemotzt, sozusagen. Okay, die können wir auch verbessern. Was nehmen wir denn? Dann machen wir mal das. Den habe ich, glaube ich, bisher noch nie verwendet. Was? Mit dem habe ich den auch schon mal verwendet. Ähm... Feuerrat ist eigentlich in Ordnung. Munition aber ist, äh, sehr wenig. Machen wir das. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Hier haben wir irgendein Upgrade. Jawohl, für ein Streublaster. So, ähm... Waffenrückstoß. Hammer schon, okay. Ähm... Munition ist in Ordnung, wenn wir das... Ansonsten... Ah, noch für die... Ja, für meine Lieblingswaffe, die Stummkanone. Ähm... Habe ich schon. Ähm... Harmonition. Dann nehmen wir auch gleich mal die Waffe. Und so. So, dann gehen wir durch dieses Tor. Oder... Ja, hier. Allerdings erst im nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao.